Herzlichst Willkommen liebe Freunde von Call of Duty Mobile oder liebe Hasslieben von Call of Duty Mobile Wie auch immer, wir wollen das 12 vs. 12 Bodenschlacht Modus Spiel Ding zocken Das machen wir jetzt So sieht die Map dann von oben aus, Satellit Die gibt es, soweit ich weiß, auch Modern Warfare oder wie heißt das denn jetzt hier Call of Duty, naja, ihr wisst schon Was jetzt zur Zeit hier angesagt ist Ich hab's schon mal irgendwo gesehen Ähm, ja, ich hab's schon mal irgendwo gesehen, sagen wir so Let's go, genug gelabert jetzt, man Also wir haben hier 5 Punkte, die wir einnehmen müssen A, B, C, D, E Einige Autos So Okay, da ist schon wieder jemand bereit mit seinem Sniper Warum ich jetzt hier runterfahre, weiß ich nicht Äh, egal Okay, alles klar Achso, wir können dann, ah, ha, 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 ha Alles klar, wir können dann den Wiedereinstieg wählen Okay, da weiß jemand Bescheid da hinten bei den Gegnern Und snipet uns ohne Ende weg Granate auf B Dann stehen sie Ja, was für Dreckige, wie kann man so behindert spielen Ah, ist da Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir Dreckiger Hinter mir Kramp schon, ob schon der Dapp hat sich gegen Wo war jetzt der andere hier? Okay, wir haben es hier gesäubert Oh, mein Aim ist hier wieder Fabulös Okay, what? Na, 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 na Ah, was für ein Dreckiger Okay, da kommen wir nicht hin C Ich weiß nicht, ob ich die Läufe behalten soll Das Dreckiger Ah, Mann, da steht der einfach rum Der scheiß Bot, Mann Ah, gehen wir rein Oh Bruder, macht doch nicht so ein Move Sniper Sauber Okay, Granate Oh Ey, Leute Wenn das schon so anfängt Dass man diese Map nicht spielen kann Weil ich nur Sniper rumsträuchen Ich mein Was zur Hölle Was soll der Scheiß Wie viel Spaß soll das denn machen? Null Das ist so lächerlich, Leute Oh, ich nehme mal eine andere Waffe Ach, kann ich nicht Ich kann es nicht Da müsste ich jetzt in die Einstellung halt dann Die Panzer gehört schon mal nicht uns Okay Wenn es gut Erstmal zur E Okay Abwarten, abwarten, Leute Ich bin noch irgendwo ein Flieger unterwegs Ja Okay Ach komm schon Und jetzt kann ich meinen Chopper nicht einsetzen Boah, der Vito wäre hier ja Der übelste Scheiß, ne Kommen wir den noch runter messern Ja Ja Haha Wie geil Wusste ich nicht Wusste ich echt nicht, Leute Man messert die halt einfach da runter Na komm Nein Nein Okay Können wir unseren jetzt hier rausholen Ja, der qualmt jetzt schon, oder was? Da kann man nicht rein Okay, die Map ist ganz geil So Man weiß halt nicht, welche Waffe Ne M4 wäre auch gut Die AK wäre gut Äh, also für ein bisschen Range Ah, was? Was war das? Hä? I don't know Okay Ich hoffe, jetzt hier die geilste Stelle ist, weil sie nicht Ich höre nur diese Sniper Schüsse die ganze Zeit Wie ekelhaft ist das bitte Okay, der Heli macht noch gut Kills für mich irgendwo hier rein Ja, genau Ah, okay Ich wollte gerade zu Oh 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 Okay, das war dumm Das war, das war Das war dumm, ja Alles gut Man kann es doch mal probieren, man Man kann doch einfach mal probieren Okay, also wir können auf jeden Fall festhalten Bevor die Runde zu Ende ist Es ist sehr, sehr Sniper verseucht Es lädt natürlich übelst dazu ein Äh, hier zu snipen Weil die Map dann so offen ist halt, ne Gerade hinten an der Wüste Die Map an sich ist geil, auf jeden Fall Finde ich nice Klar, klarer Sieg natürlich Natürlich, ne Äh, wie gesagt, Sniper verseucht, Map ist geil Modus auch echt geil tatsächlich Hätte ich nicht gedacht Bin ich early Ähm, relativ kurz die Runde 7, naja, 7 bis 10 Minuten, je nachdem Äh, MVP natürlich Irgendwie rasiert hab hier Rasiert Gilett, ab die Oh, da tanzte So Ähm Ja, ist doch gut Ist doch gut, Leute Oh, viele Likes hab ich doch gar nicht verdient, man Äh, ich geb auch mal alle zurück Ja Ich denke, ich werde noch ein paar Runden auf jeden Fall spielen Aufnehmen, vielleicht die Woche über oder nächste Woche nochmal ein paar hochladen Macht schon Bock Vielleicht haben wir jetzt nur Eine Sniper-Runde erwischt Vielleicht machen wir auch mal eine Runde mit dem Sniper Ihr wisst, ich bin nicht Der Sniper-King Aber, ähm Naja, ich lade auch halt Runden hoch Die scheiße sind einfach Weil, das ist das normale Leben Das ist das normale Spiel Es gibt nicht nur Runden, die man gewinnt Was? Jetzt erst, Junge Ein bisschen spät, ne Wie viele Kills haben wir denn? 9.30.10 Geht ja gerade so, ne Gerade noch so, okay Ähm, ja Danke fürs Zuschauen Wir sind jetzt in der nächsten Runde wieder Gut ist der Modus Probiert ihn aus Vielleicht haben wir die nächste Runde Glück Dass wir nicht so viel Sniper haben Wir werden mal sehen Mal eine andere Waffe ausprobieren Vielleicht nochmal ein anderes Setup machen Ähm Mit einem M13 oder so Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen Ähm Oder die Kilo Müssen wir mal sehen Wir gucken mal Haut rein Ciao Ciao